Ich bin nach Wiel gekommen und hatte gleich ein gutes Gefühl hier mit den handelnden Personen, mit den Ideen, mit den Möglichkeiten. Ich muss auch sagen bei der Stadt Wiel vielen Dank für das, was sie hier zur Verfügung stellen, mit dem Verein, welche Möglichkeiten du hier bekommst. Und jetzt geht es darum, das alles mit Leben zu füllen und dann auch erfolgreich zu sein, denn darum geht es im Fussball. Konrad Fünfstück ist, so wie er bei mir persönlich rüberkommt, ein sehr offener, ein sehr direkter und ein sehr akribischer. Das ist einer, der arbeitet. Zuerst arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann kommt der Erfolg. Und das hat uns sehr angesprochen in dieser Auswahl. Das klare Ziel heißt, kleine, feste, solide Schritte hier machen. Viel Engagement, viel Herzblut reinstecken. Alle hier im Verein. Wir müssen gucken, dass wir das Umfeld wieder für Wiel mobilisieren, die Ostschweiz. Dass sie sehen, hier wird ehrlich und hart gearbeitet. Und das ist das erste Ziel. Und parallel dazu muss es natürlich unser Ansporn sein, dass wir die Liga solide und gut spielen und uns in dem Jahr einfach konsolidieren und etablieren. Der FC Wiel will wieder dieser Ausbildungsverein in der Schweiz werden, der mit rohr geschliffenen Diamanten eigentlich hervorragende Spieler macht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute hier in der Ostschweiz und insbesondere in der Stadt Wiel sehen, da kommt jetzt keiner, der Luftschlösser aufbaut, sondern es kommt einer, der einfach das Ziel hat, eine Mannschaft zu formen, Talente zu entwickeln, aber nicht nur Talente. Denn es gibt auch den einen oder anderen gestandenen Spieler und da ist es wichtig, hier eine gute Mischung in so einer Mannschaft zu entwickeln. Ich denke, es war wichtig, nach den sehr intensiven und kraftraubenden Jahren in Kaiserslautern erstmal Abstand zu gewinnen von allen Dingen. Denn es ist natürlich schon so, dass man da mit viel Herzblut an so einer Aufgabe beteiligt ist. Und deswegen ist es erstmal in der ersten Phase wichtig, abzuschalten, zu entspannen und dann in der zweiten Phase zu reflektieren, was muss man machen, was hätte man besser machen können bzw. was lief auch gut und das haben wir ausführlich getan im Trainerteam. Und dann in der dritten Phase ist es einfach so, dass man sich immer wieder weiterentwickeln muss. Man muss sehen, was wird am Markt getrieben, neue Trainingsmethoden, neue Spielsysteme, neue Philosophien. Und da habe ich viel hospitiert, habe mir viel angeguckt, habe mir viele Trainingseinheiten, Spiele angesehen, insbesondere auch hier in der Schweiz. Die Aufgabe klingt reizvoll und deswegen habe ich für mich bewusst den FC Wiel als nächste Station entschieden. In den Medien war ja mehrfach der Name, fünf Stück bei verschiedenen Vereinen Thema und ich bin ein Mensch, der muss sich einfach total identifizieren. Ah, super, die Dummies habe ich gesucht, schau, hier. Mit denen für Standard. Also die Nummer von den Schuhen und dann könnt ihr hier die Schuhe draufstellen. Der wichtigste Mann im Verein. Man muss ein Umfeld sehen mit handelnden Personen, wo er Vertrauen erkennen kann und da hat für mich dann letzten Endes Wiel den Ausschlag gegeben. Und ich habe mir die Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht. Ich habe lange darüber nachgedacht, über das Angebot der Verantwortlichen hier. Aber es ist doch total spannend hier. Du kommst zu einem Verein in einem tollen Land, in einer Superliga mit riesen Derbys, mit tollen Vereinen und jetzt gilt es daran, aus dem Verein wieder etwas zu machen. Und momentan liegst du am Boden und jetzt hast du eine neue Führung, jetzt hast du wieder einen gewissen Aufbruch. Und dann hier seinen Beitrag dazu zu geben, das ist doch spannend. Und ich freue mich auf die Aufgabe jetzt hier. Ja, Marco Grimm, der Assistenztrainer aus meiner Zeit bei Kaiserslautern, wird den Weg hier mit in die Schweiz auf sich nehmen. Er wird hier mir zur Seite stehen. Ich denke, wir haben mit Dennis Sonderegger hier, Paco Sanchez, Stefan Lehmann einen guten Staff ums Team herum. Und ja, ich denke, wir sind gut aufgestellt. Auch im medizinischen Bereich mit den Leuten, die hier tätig sind, mit Mechthild. Bin ich davon überzeugt, dass wir den Spielern gute Möglichkeiten bieten können, dass wir alles dafür tun, dass wir am Platz erfolgreich sind. Er möchte immer das Optimale aus seiner Mannschaft rausholen, beziehungsweise aus jedem einzelnen Spieler. Ja, er fördert auch jeden Einzelnen mit Gruppentraining, mit Individualtraining. Ja, da legt er viel Wert darauf, dass die Spieler auch positionsbezogen sich verbessern, taktisch, technisch. Ja, und innovativ ist immer offen für neue Dinge. Ja, und natürlich auch sehr ehrgeizig, dynamisch in seiner Art. Und ja, menschlich dann absolut bescheiden dann, wer ihn kennt. Ja, und das finde ich absolut eigentlich, wie es sein sollte. Man muss wirklich sagen, sowohl Superliga als auch Challenge League, richtig gute Qualität. Die Schweiz hat richtig tolle Mannschaften, tolle Klubs. Und ich freue mich hier auf die Aufgabe, jetzt wieder am Platz zu stehen. Und ich freue mich auf die Möglichkeit aufgezeichnet das Team führen . Das. Das. Drei. 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 Drei.